Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist Yigitan. Hallo. Wir machen heute ein One-Be-One, ne Yigitan? Yes, Sir. Yes, Sir. Ich versuche alles, dass ich das schaffe, aber ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Ich glaube, ich schaffe das Blut aufgewacht, wenn ich gerade wieder online komme. Ja, denkst du, dass ich das schaffe? Hä? Aber ich bin immer gut mit Dynamo. Keine Ahnung. Dynamo ist also ein Sweaterskin, ne? Ich weiß, aber ich finde, es ist ein Eis. Aber guck mal, soll ich sagen, warum ich jetzt ein Speicher bin? Nein. Ich habe gestern, allerdings, meinen Silvio auf 10, 10 gewechselt. Achso, ich habe... Was hattest du die denn davor? 8, 8. Ich hatte die 7. Oh mein Gott, ich hatte gerade ein 100er. Warte, komm mal, komm mal, ich hatte die Waffen, ich hatte die Waffen. Nein, es macht Spaß. Äh, äh, Blow Pump. Blow Pump. Blow AR. Ich hatte gerade ein 200er Ping. Minis. Minis. Oh, soll ich doch Lila als Karnin nehmen. Nein, und Wöppler, falls man runterfällt. Nein, ich höre das Wöppler. Ja, okay. Ah, jetzt habe ich mich nicht beworfen. Oh, mir ist voll kalt, ja. Ja, du, go. Ach, an mir war ein Zü. Typ, 3, 2, 1, los. Du hast schon angefangen, ne? Wo du... Nein, genau das meine ich. Ich kann... Ich kann immer gut bauen, ne? Auch wenn ich nicht eingespielt bin. Aber mein Aim kackt halt rein, ne? Nein, nein, der ist über mir. Ey, ich komme nach oben, alles gut, ich komme nach oben. Boah. Wenn du Mathe kannst, dann sag mir, wie viel HP ich gerade hatte. Äh, ein. Ja. Wir machen bis 3, ne? Das nicht. Okay, Diego. Ich geteke. Aber, Bruder, hast du auch schnell bist gebauen. Wenn ich richtig eingespielt bin, bin ich voll das Wetter, aber so. Also mit Bauen, jetzt nicht mit Elm. Boah. Wie hat der geschmeldet? Ich habe nichts gesagt. Aber das Sto machen, man darf nutzt, es ist voll mieser, okay? Äh, 3, 3, 3, 3. Oh, jetzt... Ich spiele gerade mit deinem Freund. Oh, jetzt habe ich viel verwendet. Wie? Wie, wie geht's? Ja. Ich habe Geld vor. Ja, egal. Dann, dann... Da, dann... Da, dann... Da ist auch... Dann bist du dumm. Warum brauchst du doppelt? Du wärst als runtergeflogen, ne? Kack, du schießt runter. Bist du ganz runtergefallen? Okay, ich brauche nicht. Ja, wer ist denn jetzt? Ja, ich brauche nicht. 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 Ich brauche nicht. Ja, ich brauche nicht. ich war die ganze zeit in laufung und es ist doch noch drei minuten ja gerade gemacht ich habe das gestern mit mark auch gemacht und ich versuche jeden tag für meine community jeden tag ein video zu bringen vielleicht mal gut das macht doch gut dieser kann werden können glauben ja ich habe weil ich gestern bock hatte habe ich fünf videos hochgebracht die war ein Tag er hat fünf videos wollen wir wollen gehen die holle nennen die hollen heißt ja in der Hais und nein nicht so So. Oh, ich bin richtig tot, ja. 2-1 für dich. Scheiß, noch einmal gewinnen. Koks. Los. Koks. Wir machen gerade ein Video. Yes. Was geht, King? Ich mache gerade gegen Jigitan ein 1v1-Video. Okay. Der geht echt ab. Kon darf ruhig reden. Ja. Oh, Jigitan. Conny. What is Pony? Der King ist in Winnie. Ich guck mal an, wie er fightet, also mit, ähm, mit Wettler. Jigitan. Ja. Kannst du dir denn, nicht einfach, jetzt einfach, so wie du willst, einfach eine PCN-Karte holen? Nein, meine. Also kannst du dir einfach eine PCN-Karte holen? Ja. Also, ich bin richtig mal älter, kann ich nicht mal selbst sein. Ja, wie auch seid ihr bisse. Nein, ich hab falsch editiert. Ich bin es. Ich muss jetzt. Okay, nein, wir können's, ähm, du kannst auch gleich mal sehen, wie ich und der andere in meinen Anspruch. ich bin ein okay eigentlich war es nicht für ein video geplant aber ihr macht jetzt welche waffen blau pump blauer ar kompon welchen noch finden würde so blau pump und was noch hello popcom blower 11 solo minis ohne gut noch habe ich jetzt zwei steinschuss die kann halt 32 gegen mich gewonnen oder im moment ist wie getan im high ground aber ich glaube ihn gleich einholen wenn er sich nicht so oft verboten muss mich selber hoch von uns kann ich nicht mit meinen glänzern auch da war und da ist ganz da unten gefallen ich bin jetzt oben nein du kriegst nicht runter nein nein so schnell kann oben sein er ist hier oben was sagst du willst du gewinnen verlieren geiler ehrgeiz position für sich selber ich bin mir nicht und hier ich brauche mir hier eine plattform ich brauche mir hier eine plattform ich brauche mal hier eine mein internet ist bei 15 ich hab gerade ein 300 hat das passt noch um zu fliegen ja warum wusste Hier, da, wo du nicht bist. Hä? Ich bin irgendwo drinnen. Ach nee. Du musst es auf den Namen schießen und dann kommt er da rein. Ach nee, du bist echt irgendwas. Du bist doch irgendwas. Ich bin ja außerdem in Gang, ich schwöre so. Du. Oh, was? Ach, Digger, du musst mich jetzt dobi-bomben. Ich hab auch's mit dem gemacht, sorry. Hey! Geh auf Truck. Geh auf Truck. Hey, wo seid ihr denn drin? Ja, ist unser Hacker-Ding. Da unten ist Truck. Da unten rechts ist... Da unten ist Truck. Da wo ich hinziehe. Da unten. Du musst da rotzauern, da unten ist Truck. Da unten links in der Ecke. Ach nee, die. Hey, wie kommt man denn da rein? Keine Ahnung. Das kann man nur einmal in der Runde machen. Das ist... Welches gattest du noch mal? Schallgedämpfte Gold noch? Nein, nein, nein. Ohne wie. Ich hab nicht blau. Ich hab einen Pumper, Pumper und Pumper. Ein Schipstole. Drei. Zwei. Eins. Go. Prost. Und ihr dürft nicht mit Stein. Oh! What the fuck? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey. Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! alles durchzupacken was ist ich möchte es mal gegen King guck dir mein Video an und dann sehe ich dich an wie ich dich verschöptert hab ja komm noch mal komm noch mal ja aber ich hab 3 1 gegen dich gewonnen ja komm noch mal warte ich muss ich treffe machen ich bin ehrlich gesagt 3 2 1 los oh digga schon obwohl da mach ich noch mit ja ich habe schon 14 abonnenten ja du kommst schon relativ du hast mehr Aufrufen und Abonnenten wie geht das ich hab mehr Aufrufe auf dem Video aber normal bin ich das ich hab ich hab aber 130 Aufrufe auf dem Video ja aber du hast nur 14 Abonnenten ja weil mein Freund ähm Junge wie hoch ist ich noch bauen ich komm ja gar nicht mehr hinterher weil ich hab sie maximale Baumhöhre erreicht und dann wird er noch unten dann wird er noch unten teleportiert der Con ist hier bei mir zu Hause der ist ja auch schon dein Bruder der ist ja auch schon dein Bruder kann man das ura 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 es geht noch bei mir ab wir haben die Waffe nicht passen ura wo seid ihr da wo du nicht bist auf jeden Fall ich hab kurz ich hab kurz ich hab kurz ein 97er guck mal wenn ihr übertreibt ich weiß hab ich dir ein 97er gegeben ja ne erstmal geht's Klo spielen bitte oh oh was man sagt ja jetzt das war so ein saftiger ja bestimmt die geht's an den erst voll 316 Dinoskop alter ich hab einen 600er Pin gerade hab ich schon mal ja okay komm nein der hat mich angeschossen warte nein der hat mich angeschossen wenn ich nicht wenn ich nicht schieß wenn ich wieder voll oh nein okay okay chill wenn ich nicht ich war schon mal nach oben weil ihr bockst immer zwei Jahre nach oben Junge Edithi du komm du bist der Gast Edithi das ist mein Video aber egal geh auf die andere Seite 3 3 2 3 1 Hallo ja jetzt musst du dich auch nach oben bauen Digitan baue du mit Metall dass ich sehe wer wer ist Junge Junge wie hoch bist du komm her wo bist du da wo du nicht bist da ganz unten Alter warum geht das ja alles kaputt hallo schau dir an wo musst du los ooooh hallooo halloo 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 ich verfolge dich als ob das kein hit war doch es war kein nichts das war nicht du wachst dich durch alles das war wirklich kein backen doch ich hab ich möchte mal mit dem beteilbaren 321 war oft damit zu schummeln ja weil du es bei mir gemacht hast das kommt ja aus dem konzept von wachten noch ganz gebracht wir sind hoch hinaus wir sind die gummi bären das sind die gummi bären ja ich habe meine nein doch du hast kreppler genutzt ja guckst du hast diese steinpistole ist auch nicht ja doch wer hat sich hier ich glaube ich relativ nicht weil ihr die zeit habe ich gerade angeschossen komm raus komm raus wo immer du bist ich habe der bot noch mit metall kann ich bitte mit stein bauen weil das muss ich anfangen mit stein zu bauen ja komm ich war mit stein ich hab doch meine und wenn ich sag ich möchte ein nuller ping haben geht mal ein ping extrem nach oben wo bist du ich komme hoch noten gefallen ach so und ich dachte ein menschen wer marshmallow ich mache die aufträge von der aber die kommen jetzt später weil es kann und weil ich glaube ich mal schon verkauft habe das war ein scherz mit marshmallow verkauft wo bist du schon oben jungen war auf stupid und man es gibt ein 62 headshot willst du mich ja komm jetzt wir wollen wir nicht gewinnen machen wir weiter ja okay und danach 3 2 1 verbaut 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 ich schaue mir das video gleich an 32 wir machen bis 4 und los geht's kommst du noch hinterher ich musste mir weil ich gerade wieder runter gefahren bin weil ich habe ich meine anderen ich habe gerade ein tausender pink ich bin da schon glaube ich maximale höhe ich kann dass es hier keinen falschen gibt ich kann dass es hier keinen falschen gibt so kleine 31er was denn was denn Junge lass mich ich hole mich auch glöppler das ist ein glöppler das ist ein bisschen nicht mehr ich kann sollte ich töten da bin glöppler ja ich mache ich sogar ein 1b 1 gegen jigitan was ist das denn okay jigitan ich lass ihn in ruhe die stückiger die stückiger ja weiter egal ich kann nicht mehr bauen ich komm grad nicht mehr bauen ich komm grad nicht mehr bauen ja ja 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ich darf mich am anfang verbauen ich darf mich am anfang verbauen ich darf mich am anfang verbauen ja 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 ey jigitan jetzt muss ich dich töten weil die nie ein 8 das ist ja jetzt mal gar nichts 3 2 1 oh anfang nicht verkauft das ist schon mal gut oder scheiße wenn man es auch nennen kann scheiße ich hab nicht abgedrückt ich drückte wirklich nur headshots ganz ehrlich nein 4 2 gewonnen warst du noch gegen jigitan oder nicht habe ich schon also 4 und dazu sag ich das war es mit dem video bis zum nächsten Mal